die ich zeige euch heute wie man eine simple Kastenpfanne baut irgendjemand geht da rein, also nimm jetzt mal ein Zombie-Pigman kommt er, mein Franz das steht da drin. Okay, erst mal gefangen jetzt müssen wir eine Zeit warten die 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 Schauer-Tribüne dann gleiches Seufter jetzt er solltet die jetzt geht's auf und man kann vorsichtig das was er droppt rausnehmen das ist eigentlich ganz simpel, man baut eine Pressure-Plate Türen außenrum müssen nicht unbedingt Eisentüre sein sind aber besser weil wegen der Zombies-Liste da hat er zwei Steinstufen dann macht er eine Höhe weglöschen, Wasser rein okay, das ist jetzt perfekt und bevor jetzt alle wieder sagen, ja, ja, Geeta, ich verwende so many items ich verwende das hier nur für die Tutorials, also für andere Sachen verwende ich eigentlich to many items nicht nur, dass es halt da schneller geht, wenn jetzt was mal nicht hinhaut also, ja, sieht das dann so und ihr seht schon die Rüstung ab schneller geht ja, seht ihr, die Luft schwindet und man kann hier nicht raus überhaupt nicht nicht nach oben unten auch nicht ja, so stirbt man halt okay, das war mein erstes Minecraft-Video ich hoffe, es hat euch gefallen äh, ja, okay, ciao, bis zum nächsten Mal komm